Wir gehen weiter mit einem Rhythmus, der heißt Paolo. Und wir haben diese Paolo wieder gegeben. Who are we having for dinner tonight? Und die Antwort kommt in die zweite Seite. I see over one day. 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 Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.